Sie haben Ihren Urlaub im Landal Green Parks gebucht. Schon bald kann der Urlaub beginnen. Kommen Sie schon jetzt in Urlaubslaune, indem Sie die notwendigen Vorbereitungen treffen und alle Möglichkeiten entdecken. Laden Sie die Landal-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Melden Sie sich mit Ihrem Landal-Konto an. Sie haben noch kein Konto? Dieses können Sie ganz einfach in unserer App oder auf unserer Website erstellen. Es ist wichtig, dass Sie die gleiche E-Mail-Adresse wie für Ihre Buchung verwenden. Wenn Sie Ihre Buchung mit Ihrem Landal-Konto vorgenommen haben, ist Ihr Urlaub sofort in Ihrer Landal-App sichtbar. Wenn dies nicht der Fall ist, fügen Sie einfach Ihre Buchungsnummer oder Buchungsnummern in der Landal-App unter Buchungen hinzu. Ihr Urlaub ist dann sofort sichtbar. Möchten Sie wissen, was der Park zu bieten hat? Die Landal-App informiert und inspiriert Sie, das Beste aus Ihrem Urlaub herauszuholen. Sie finden diese Infos unter Park. Haben Sie sich schon entschieden, was Sie während Ihres Urlaubs im Park oder in der Umgebung unternehmen möchten? Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Sie nachsehen, ob Sie etwas im Voraus buchen oder bestellen müssen. Wenn Sie zum Beispiel in der Landal-App eine Unterkunft gefunden haben, zeigt Ihnen die App, wie Sie sie buchen können. Der Beginn Ihres Urlaubs wird immer einfacher. Erinnern Sie sich noch an den ganzen Papierkram bei der Ankunft? Das ist mit der Checkliste vor der Anreise Vergangenheit. Stellen Sie vor der Ankunft sicher, dass alle ausstehenden Beträge bezahlt sind, geben Sie Ihre Mitreisenden an und teilen Sie uns Ihre voraussichtliche Ankunftszeit in der Landal-App mit. Die App zeigt eindeutig an, ob noch Aufgaben offen sind. Sobald Sie alle Informationen angegeben haben, werden die Symbole der Checkliste vor der Anreise grün und der digitale Schlüssel wird automatisch ab sieben Tage vor der Anreise in Ihrer Landal-App angezeigt. Sie können den digitalen Schlüssel ganz einfach mit Ihren Mitreisenden teilen. Gehen Sie zu Schlüssel teilen und teilen Sie den angezeigten Link mit Ihren Mitreisenden. Zum Beispiel per WhatsApp oder E-Mail. Ihre endgültige Unterkunft oder Platznummer wird am Anreisetag in der App angezeigt. Wenn Sie mit Präferenz gebucht haben, ist Ihre Nummer sofort sichtbar. Die App zeigt Ihnen ganz einfach die Route an. Klicken Sie auf die Route. Ihre Nummer wird sofort angezeigt und Sie können losfahren. Willkommen in unserem Park. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrer Ankunft Bluetooth, Standort und mobiles Internet anstellen. Sobald Sie in unserem Park angekommen sind, können Sie uns auf verschiedene Weise mitteilen, dass Sie da sind. So müssen Sie nicht mehr zur Rezeption gehen. Verwenden Sie den grünen digitalen Schlüssel ab 13 Uhr an der Schranke oder Schließeinrichtung, die möglicherweise vorhanden ist. Ist Ihr digitaler Schlüssel grau, klicken Sie dann auf das Symbol für die Anweisung. Oder teilen Sie uns manuell über die Landal-App mit, dass Sie da sind. Wenn Sie Ihren Standortdienst in der Landal-App aktiviert haben, erkennen wir Sie bei der Ankunft. Alle vorhandenen Einrichtungen eines Parks sind mit der Landal-App zugänglich. Einige Parks haben eine andere Art, Zugang zu einer Einrichtung zu erhalten. Gehen Sie daher in der App auf Anweisungen zum Schlüssel und befolgen Sie die einfachen Anweisungen, um Zugang zu der von Ihnen gewählten Einrichtung zu erhalten. Die Öffnungszeiten finden Sie auch in der App. Sie sind auf Ihrem Campingplatz angekommen. Wir würden gerne hören, dass Sie auf dem richtigen Platz stehen. Sie können dies auf zwei Arten tun. Bestätigen Sie Ihre Platznummer in der App oder scannen Sie den QR-Code auf dem Nummernschild. Damit wird Ihre Platznummer automatisch bestätigt. Die Landal-App ist während Ihres Aufenthalts sehr nützlich. Sie haben immer praktische Informationen zur Hand. Sie wissen immer, ob und wann es etwas zu unternehmen gibt. Und Sie wissen direkt, wie und ob Sie buchen können. So leisten wir als nachhaltigste Reisemarke in den Niederlanden einen Klimaschutzbeitrag. Durch die Bereitstellung wichtiger Informationen über die Landal-App kann der Papierverbrauch im Park deutlich reduziert werden. Leider geht auch Ihr Urlaub zu Ende. In der Landal-App werden Sie zeitnah über den Checkout informiert. Auf diese Weise können Sie im Voraus angeben, wann Sie auschecken möchten. Sie müssen nicht mehr zur Rezeption, denn Sie haben einen digitalen Schlüssel verwendet. die charte des Netzwerks auf der Entscheidung. Diese Leute, die Art und Weise, das sind für die Hauptmöichs,